und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play seid gegrüßt zur stern safari oder so ähnlich ja die begrüßung habe ich schon mal verkackt ihr wisst bescheid zum mario party island tour mit dem zwergfürst das spielbrett stern safari sammler auf sterntreppen und beim mini spielen die meisten mini sterne um zu gewinnen na das werden wir mal machen ihr kennt das prinzip also das prinzip des würfeln und das bretters ich bin natürlich wieder der letzte das ist auch hier mittlerweile im prinzip vielleicht fragt ihr euch direkt wieso ist der ton so leise ja in games und teils ein bisschen überbewertet ja die letzten videos die ihr gesehen haben die letzten parts von diesem display wurden hoffnungslos von youtube gesperrt nicht direkt aber ja reden wir nicht darüber im game sound wird scheinbar nicht akzeptiert manchmal ja manchmal nicht bei diesem spiel wohl ja nicht deshalb habe ich die musik ein bisschen leiser gestellt der da gibt es plus 10 der ergibt 7 der ergibt 2 und habe ich jetzt nicht vorgelesen war ein bisschen zu dolle mit dem in games und beschäftigt auch gut weil sich also so lange sich eine kreatur mit vielen mini sternen auf der oberen stufe befindet okay vielleicht konntet ihr es ja lesen ich habe ja lange genug geredet mario beginnt nicht beende aber die ersten die letzten sein so ist es ja so schön mario ist direkt schon fast vor ort hier geht es um die sternchen mal gewählt aus hammer beraten hammer bammel heißt das für euch stürzt nicht zu sehr dass hier kaum in games sound ist nicht stürzt sehr aber gut ich werde das einfach mal experimentell in diesem part einfach mal runter schrauben die musik so wie es gerade hört also ich werde das so leise lassen mal sehen es ist ja auch nicht so als ob nintendo damit nicht einverstanden wäre also ich stehe ja auch ständiger nicht aber ja ich bin gleich der hast raus der raus geflogen ist war ja klar ja also ich stehe ja in kooperation mit nintendo und schreibt den ab und an mal und ja die haben ja auch geschrieben sie finden das ja auch gut und die haben da nichts dagegen also deshalb eigentlich ist das rechtens dass ich den games sound benutze aber ja gut youtube ist halt ein bisschen verrückt manchmal kann man nicht machen da muss man einfach mit leben ein bisschen real talk auf dem spielbrett ich bin natürlich der pechvogel der hier ganz als letzter startet ich weiß nicht was auf den britern so passiert habe ich da irgendwie ein schlechtes karma bekommen dass ich hier immer als letzter starte naja vielleicht habe ich auch ab und an meine glückssträhne vielleicht ist das ja sogar hier in diesem part der fall vielleicht gewinne ich sogar mal aus versehen jetzt gibt es sterne ja meinhof ist als erstes am platz und sammelt gleich mal die ganzen sternchen ein so kann es gehen so kann es gehen wenn du als letzter dran bist hast du natürlich entsprechend die arsch karte dass du dann wenn die anderen nicht sehr trottlich sind dann halt wo es lässt du an den sternchen dort ankommst das nächste minispiel heißt am rande des möglichen hol dir den ersten platz schmerz versuchen das zeigt wie es geht doch also der blaue zeigt wie es nicht geht und der pink zeigt wie es geht jetzt sind wir an der reihe ich würde mal sagen so geht ja so geht es nicht zu weit und nicht zu doch es war zu weit und nein zu weit uha punktzahlen werden erhöht die letzte runde ich mach mal so hier das war zu weit bestimmt ganz bestimmt komm 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 bleib drauf bleib drauf bleib drauf bleib drauf bleib drauf ja sogar in der sechserzone 1 wenn das nicht geil ist ich habe das ding sogar gewonnen ich glaube es nicht wo wir gerade von lükssträhnen geredet haben zumindest ein paar sternchen habe ich habe bekommen drei sternchen langsam aber sicher waluigi holt sich den zweiten platz also den zweiten gewinn von sieben sternen sieben mini sternen hier wird ordentlich an sternchen gescheffelt so die nummer 4 ach das bin ja ich als ja nicht mitgekriegt also nicht der letzte besser als nicht besser vorletzte als letzter wie man so schön sagt ne das sagt man nicht das sagt mal der zwangfrust wer hat denn hier die sterntrippe noch nicht erreicht einmal abschleppen bitte der wird hinterher gezogen lieber arm dran als arm ab ich werfe heute irgendwie mit sprichwörtern um mich ja das spielbrett der sprichwörter himmlische sprichwörter ja die hierzu gute gebe sternen himmlischer ja ich versuche mal lieber nicht während des last place schon mir in den titel des videos auszudenken ich weiß nicht wann ihr dieses video seht und ich bin an der spitze wow das hätte ich nicht gedacht ok ja kann sich sehen lassen ich weiß nicht wann ihr dieses let's play seht um mal ein bisschen real talk wieder zu betreiben es ist eine vorproduktion ich habe mir mal ein bisschen zeit genommen um das vorzuproduzieren ja ich denke lasst mich lügen ich werde mir das ja danach erst ausdenken wann ich das vorproduzierte hinpacke Ende november ich glaube da könnte es reinpassen in die letzte november woche vorletzte letzte weiß ich noch nicht mal gucken wo ich es reinpacke wo ich es da so rinne packe aber jetzt erstmal zum nächsten spiel das wird über den touchband gesteuert und zwar so auch spielt auf dem unteren bildschirm ich muss die blauen hier belegen eh 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 lass mir noch einen platz frei oh da habe ich aber ganz schön abgeguckt und los 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 belegen 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 geht los los volle pulle volle pulle volle pulle ich bin schlecht naja naja die beiden müssen knubbeln und die platzierung stehen fest vierter und dritter zweiter erster ich bin zweiter freut mich freut mich außerordentlich zum ende des parts hin noch ein kleiner erfolg wie könnte ein paar besser ändern und gleich noch die ersten sterne zehn ministerne ein richtig geniales ende und ich bin der erste platz ich könnte mir kein besseres ende für den in diesen part vorstellen wie schon gesagt habe weiter geht es im nächsten part ich mache es ganz kurz däumchen nach oben soll es euch gefallen haben abonniert meinen channel falls ihr neu auf meiner kanalseite seid und den nächsten part nicht verpassen wollt und ja keine neuigkeiten verpassen wollt guckt euch die videos an die hier eingeblendet sind und ja teilen freunden zeigen angenehmen tag haben und gehabt euch wohl und ja und ja und ja und ja Vielen Dank.